Hallo Leute und Willkommen zu dem neuen Projekt Tree Fortress. Ich weiß, es sieht jetzt am ersten Blick ein bisschen kindisch aus. Los, nächst, los, los, mach ihn platt. Los, mach ihn platt da. Ihr entscheidet, was für ein Spiel wollt ihr haben? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Glück habt, habe ich jetzt sogar schon. Schreibt es in die Kommentare. Also ihr müsst jetzt sozusagen in die Kommentare schreiben, was für ein Spiel wollt ihr sehen? Sucht doch eins von diesen Spielen aus. Sagt es mir in den Kommentaren. Und dann, ja, dann mache ich es. Nein, das hört jetzt nicht. Nein, das hört jetzt nicht. Okay. Wir machen eine Abstimmung. Es kommen nur ein paar Spiele. Einmal. 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 Das war ein echt toller Trailer. Da hat man nichts vom Gameplay gesehen. So. So. Der beste Pianist der Welt hat meine Hand. Toll. So. 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 Seht ihr mal, wie schwer das ist? Das ist unmöglich. Ich will mal die Lösung sehen. Alter. Komm, das ist ultra schwer. Also, wenn ihr es sehen wollt, schreibt es unbedingt für mich in die Kommentare. Ich würde mich ganz doll freuen. Komm, ich mach das Gameplay-Video noch ein bisschen länger. Klub, und da hab ich's. Den snack ich mir. So, den hab ich. Also, ihr seht, hier braucht man schon ne Strategie, um hier weiterzukommen. Außerdem braucht man Ummengen von Dietrichen. Bei dem Typen jetzt nicht. Den überspring ich auch. Den auch. Den auch. Den nicht. Oh nö, das ist wieder so ein fast Unmögliches. Man sollte die fast Unmöglichen rausnehmen. Gut, jetzt ist es zum Beispiel nicht mehr so schwierig. Es sind zwar nur noch 2000 im Kasten. Boah, ich bin so schlecht. Äh, die hat gehackt. Habt ihr's gesehen? Die ist über die Ecke geglitscht. Das heißt, das ist ein unschlagbares Verlies. Von denen gibt es ganz, ganz viele. Oh. Komm. Kann man da... Okay. Oh nein, ich hab Angst. Angst. Nein. Alter, dieser Scheißvieh hier nervt mich. Nein. Ach, come on. Ja, jetzt ist das Schwierigste aus. Jetzt sind... Ach nee, das schaffe ich doch ohnehin nicht. So. Unschlagbares Verlies. So. Ist so. Ich will Ihnen doch nur eine Sache zeigen. Ach nee, warte, ich brauch... Ach, wisst du was? Ja. Ausatmen. Also dann bis zum nächsten Mal bei irgendwas. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.